Liebe IB-Fans, am Samstag vor dem Spiel gegen Servet führen unsere beiden Fan-Dachverbände Ostkurve Bern und Gelb-Schwarz-Hüchtig eine Sammelaktion für die Gassenarbeit und Gassenküche in Bern durch. Die Fans sind schon am 3 Uhr am Nachmittag vor dem Stadion und nehmen ungeöffnete Hygieneartikel wie Dusch, Shampoo, Rasierer sowie Hygieneartikel für Frauen, aber auch Unterhosen und Socken und Thermo- und Wasch entgegen. Ebenfalls gibt es Glühwein und Klausensäckchen zu kaufen. Im Stadion selber werden ab der Stadionöffnung Lösli für eine Tombola mit über 3000 Preisen verkauft. Die Einnahmen des Aktionstags gehen vollumfänglich an die Gassenküche und Gassenarbeit Bern. Lasst uns als IB-Familie ein Zeichen setzen.